Bist du bereit? Oh scheiße, ja, ja, ja. Es geht los. Okay, kann losgehen. Jetzt geht's vor Gericht. Ihr scheiß Anwälte. Immer wird Johnny und ich euch zugucken. Sind wir high. Alter, das war pure Magi. Das war echt geil, oder? Ich muss dir eine tolle Neuigkeit erzählen. Ach ja, was denn? Der Milen und ich bekommen bald ein Baby. Das ist der Wahnsinn, Mann. Glückwunsch. Danke. Warte, warte. Und wie habt ihr das? Das ist das Ding. Wir brauchen einen Samenspender. Ted, das kann richtig Ärger geben. Fändt ihr ein besserer einer als er? Das würde auf jeden Fall ein Hammerbaby werden. Tom fucking Brady. Der größte Sportler im ganzen Land. Und jetzt hol ihn einen in diesen roten Plastikbecher runter. Ach du heilige Scheiße. Und wir haben noch nicht mal angefangen. Verdammte Scheiße. Raus aus meinem Haus. Warte, wir hauen schon. Nimm deinen Teddybär mit. Geile Scheiße. Ein perfekter Spiralpass. Ey Johnny, danke, dass du für mich eine Probe rausschleuderst. Donner Buddies fürs Leben, weißt du doch. Und du hast seit zwei Tagen nichts geraucht, oder? Ich sag doch, ich bin clean. Das wird ein Top-Baby. Okay, tut mir leid. Ich will halt nichts, was ich mal mit einer Mistgabel füttern muss, wenn es 16 ist. Teddy, hier steht, wenn wir ein Baby haben wollen, dann musst du vor Gericht beweisen, dass du eine Person bist. Die sagen, dass ich ein Objekt bin. Wie jetzt? Wie Abfall oder eine Katwurst? Ja, vielleicht eher wie so ein Hammer oder eine Orange. Das ist doch nur ein Wort. Na, frag mal meine Vorfahren. Eben noch bist du in Afrika und wäschst die Klamotten im Fluss, die Titis hängen raus. Und zack, auf einmal bist du in einem anderen Land und wirst von Thomas Jefferson gebumst. Wow, bei dir wird Geschichte lebendig. Johnny, was machen wir jetzt? Wir holen uns einen Anwalt und klagen deine scheiß Bürgerrichter ein. Let's go back, let's go back. Sie müssen Hits sein. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 26. Ich will keine Anwältin, die beim Eröffnungsplädoyer Lieder aus Die Eiskönigin singt. Wir danken Ihnen für Ihre Zeit, aber ich glaube, wir werden uns jetzt besser ganz schnell hinsetzen und dann geht's los. Wir vertrauen Ihnen blind. Ja, wir glauben, Sie sind genau die Richtige. Und ich hab Migräne. Ich krieg gleich eine Riesenmigräne auf dem Parkplatz in 20 Minuten. Tests, Sie sind was Besonderes. Doch was eine Person ausmacht, ist, dass sie einen Beitrag für die Gesellschaft leistet. Nimm das, du Schwanzlutscher! Ich sag ja, Sport ist so ein Arsch, das hast du jetzt davon. Krieg ich mal dein Laptop? Ja, nimm ruhig. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn los? Hier ist alles voller Pornos. Tut mir leid, ich wollte schon längst ein paar Lösch. Die sind sogar kategorisiert. Arschlecken im Uhrzeigersinn, Arschlecken gegen den Uhrzeigersinn. Immer nur die eine Richtung ist auf Dauer voll öde. Chicks mit Schwänzen? Ich weiß. Oh Gott, ich weiß. Ich bin halt krank, okay? Ich brauch Hilfe. Es gibt keine Chicks mit Schwänzen, nur Kerle mit Titten.